Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Alice mit dem lieben Dorian und auch mit dem Tobias sag ich mal, der jetzt gerade off ist, weil er einen bestimmten Mod tun muss Ach du hast schon fast alles drauf getan Der liebe Tobias sucht hier das hier, das Gebäude, was wir gerade nicht haben und was ist hier los? Oh, hundertprozent, kein Wunder, dass es nicht weiter wird Ja, ist logisch, ne? Ja, Entschuldigung Ich war jetzt ganze Zeit auf Sky, da kann ich nichts gucken gleichzeitig Und was hast du noch alles? Und was ist noch bei dem Shop? Ja, nur noch dieser Sedda und der Ballenaufsammelwagen Aber nicht hier... Ja und noch zwei Poltergabeln, also so Gabeln Aber hier passen die nicht dran an die Teile, die ich jetzt hier hab Ja, dann... Nein! Scheiß Auto, Alter, ey, das kann ich nicht sagen Dass die einfach so wegrutschen, ne? Junge, die sind sowas von knüppelhart, die kannst du auch gar nicht mal fahren, die Fahrzeuge Also die MPCs, die strammen dich einfach ohne Bedenken Ja, das Problem ist hierbei nur, dass mir jetzt beinah schon die beiden Fahrzeuge hier runtergefallen werden Oh Das sieht jetzt auch extrem lustig aus Wenn ich jetzt gleich mal komme und du dir das anschaust Ja, ich konnte euch hier was wegkommen Nein! Jetzt fällt auch noch das Teil gleich runter Läuft nicht so bei dir Ja, ich komm jetzt eh dahin, wo du bist Ja, läuft nicht so bei dir Ne Hey Guck dir das bitte mal an, wie das aussieht Ich sag nur, mit dem Tobias läuft es gerade nicht Guck dir das bitte an, wie das aussieht Ja, guck dir... Guck doch mal, wo ich bin Wo bist du denn eigentlich? Achso... Achso... Ja, ich seh deinen Namen nur, aber das war's So, jetzt fall ich halt mal weg Hab noch was dazu Äh... Soll ich da noch was zu sagen? Wo brauchst du denn nicht? Ah, jetzt geht's weiter Äh, wo ist da einer Anhänger? Wo ich das drauf machen darf Ey, der steht doch direkt vor dir Ja, Entschuldigung Da... Nein... Als ob das jetzt aus der Gabel einfach hoch ist Als ob du so blöd bist Nein, ich bin nicht blöd Das ist einfach nur die scheiß Gabel Was wird Jetzt kann ich auch das nicht mal wieder aufstehen Also... Ja, ich kann das... Hatte... Hatte... Kann das doch nicht sein, Mann Wo bin ich denn hier? Komm, komm... Oh, man läuft auch gerade richtig gut bei mir Ja, ich... Weißt du, was das witzig ist? Ich schaff das eben nicht mal wieder zu drehen Das ist das Problem Ja, geil, ne? Ja... Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe Ich hatte jetzt drauf auf einmal fliegt das von der Poltergabel runter Äh, Palettengabel, meine ich Ist ja ein Palettengabel Äh... how will you do Alter, was mache ich denn da für ne Scheiß... Kannst du mir mal helfen? Ich schaff das nicht hier hoch ... Scheiße! Performance läuft gerade nicht so bei mir, glaube ich... ... Ich glaube, ich... ... ich stelle das einfach mal da und lass das mal da stehen... Ich hatte das ganze Zeit da einfach nur mal... Führst du alles kalt bei mir rein. Alles klar. Läuft ja. So, ich komme jetzt mal hier runtergefahren. Oh, das läuft ja wirklich ganz gut mit dem hier. Soll ich das machen? Hier ist auch eine Palettengabe dran. Ja, mach mal. Ich glaube, damit ist es besser. So hoch komme ich nicht. Das ist das Höchste, was geht. Weiter geht nicht. Ich hab da, äh, kleines Problem. Weiter hoch geht nicht. Der ist eigentlich für so kleinere Sachen gedacht. Ja, ja. Obwohl, nee, warte, warte, geht, 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 geht hoch. Warte, ich helfe dir mal. Ich schub's das runter. Nicht runterschieben, nicht runterschieben, nicht runterschieben, halt um... Nee, jetzt kannst du das auch ganz alleine machen. So, bitteschön. Das reicht jetzt hier. Das ist mir jetzt einfach so viel hier. Die heulen. Mach ich doch schon. Wiegt nicht? Oh, das tut mir nicht. Das tut mir aber leid. Nein! Was mach ich denn da hier? Äh, warum hat Daniel wir doch noch? Ich helfe noch. Ja, wobei. Komm da nicht klar. Das seh ich. Du hast es irgendwie echt nicht drauf damit, ne? Drauf werde ich. Nein, hast du nicht. Jetzt sagst du. Ja, ja, ja. Nur weil du den Scheiß nicht hinkriegst. Weil du es nicht hinkriegst, ey. Weißt du, was ich hinbekomme? Ja. Au. Scheiße. Lass mal sehen, was du hinkriegst. Warte. Äh, ich bin gerade. Nein. Ups! Das war jetzt aber ganz aus Versehen. Da bin ich dir ja leider glatt reingefahren. Das tut mir aber echt leid, doch. So, das habe ich. Das freut mich ja gar nicht. Alter, ich habe Angst vor mir. Nein, lass es, lass es. Ich würde auch Angst vor mir haben, wenn ich du wäre. Ne, das geht schon gleich wieder raus. Hundertprozentig. Ich schiebe das erstmal hier weg. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, ich bin nur hundertprozentig drauf. Nein, alles ab. Was ist denn das jetzt? Achso, das ist schon drauf. Doch, los. Ferti. Guck mal, ich habe das draufgeträgt. Ich mache mal fest hier, ne? Ich habe das draufgeträgt. Ja, und Gironimo, das nächste habe ich umgedreht geträgt. Alter, siehst du es? Habe ich doch geschafft. Ja, läuft. Jetzt müssen wir aber das eine wieder ein bisschen zur Seite kriegen. Nein. Ach, ne. Als ob das jetzt gleich, als ob... Pass auf, ich helfe. Ich versuche, da hinten zu rennen. Das darfst du jetzt machen. Ich komme nicht vorwärts. Tut sich da was? Ich renne dir die ganze Zeit gegen. Tut sich da was? Ja, schreib mal erstmal hier in Tobias was. Wie das mit dem... Heiß eigentlich. Das hast du gerade schon gesagt. Das weiß er doch, wie das heißt. Ja, aber das müsste doch eigentlich bei MottoStar einfach zu finden sein. Eigentlich schon. Es sei denn, er hat da irgendwas anderes. Ja, vielleicht geht er auch nicht auf MottoStar. Das kann auch sein. Nein, als... Was reicht mir da hier eigentlich? Pass, 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 pass. Perfekt. Ja, warte mal. Pass perfekt. Ich gehe noch mal auf den Tobias raus. Gucke mal, ob ich den schreiben kann. Lalalala. 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 Tobias. Ja. Jetzt gehen wir mal auf Tobias da drauf. Hm. Äh, unter Objekte, oder? Nee, Gebäude mit Funktion. Ah ja. Unter. Müsste das eigentlich sein. So, wenn der jetzt so doof ist, um das zu finden, kann ich ihn auch nicht mehr retten. Aber meistens, wir spielen ja fast zwei Stunden. Und er hat es nicht gehofft. Soll ich das mal verkaufen gehen? Mach mal. Ich komm mit. Mit meinem 22. Okay. Ja, warte, ich kann aber nicht so schnell fahren. Hier rum wollen wir fahren. Fahren wir links rum, ne? Fahren wir links rum. Ja, dann lass mich mal vorfahren. Ja, ich fahr langsam hinter dir her. Darf ich eigentlich so auf der Straße fahren? Wenn du den mit Rädern gekauft hättest, dürftest du das. Mit dem bin ich mir da nicht so sicher. Okay. Ja, scheiße. Ja, fahr neben der Straße. Warte. Ich bin nicht auf der Straße. Ey, es ist ganz legal. Boah, ich fahr einfach 100 kmh weniger, als die höchste Schwindigkeit von dem hier ist. Ja, ich kann nur 23. Alter, warum bist du schneller als ich? Ja, warte, dann stelle ich mir Tempomat auf 23. Nee, jetzt kann ich nur 19. 23 hast du gesagt? Ja, 22 ist die höchste Schwindigkeit, sag ich mal. Ich muss ja hier in die Kurve fahren, erst mal. Ja, gut, dass ich hier abkürzen bin. Ja, das ist bei mir ein bisschen schwierig, ja. Ja, trotzdem bist du immer weiter nach vor mir, sag ich mal. Ja, ich weiß, ich warte ja auch gleich auf dich. Ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so. Ich warte ja gerne. Ja. Ja, ist ja unfair, wenn einer einfach nicht schneller fahren kann. Ja, du kannst das ja nicht anders herunter tun, sag ich mal. Da muss ja sowas kommen. Und das ist, das finde ich eigentlich voll süß, das Fahrzeug. Ja, der kann aber auch richtig viel schon, ne. Weil der kann echt was. Der ist aber auch ein gut für Forst dabei. Damit kannst du den ganzen Baum hochheben, haben wir schon ausprobiert. Ja. Ja. Die habe ich schon mal privat gesehen. In sowas dürfen ich schon mal rein. Ich auch. Ich dürfte schon mal in sowas rein. Ja, nein. Alter, wir müssen mal wirklich mal Schweine kaufen. Oder mehr Schafe. Ja, irgendwie schon, ne. Zwei Schafe sind ein bisschen wenig. Macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn, ne. Ne. Ich muss jetzt gleich auf die Brücke gehen. Ja, komm, weißt du, ich fahre nach der Eisenbahn. Also ich fahre jetzt auch gerade 22, nur. Ich habe mir ja das im Format gestellt, extra. Ja, dann gut. Ja, aber das hier rechts müssen wir auch mal benutzen. Für die Biogasanlage. Da kannst du auch was oder sowas, glaube ich, reinkippen. Ja, irgendwie, aber den Format in bestimmt... Ja, aber ich kenne mich damit jetzt aber auch nicht so aus. Aber den Traktor formen wir dann auch in bestimmten EMW. Ja. Ich kenne mich ja schon mit vielen Sachen aus, aber damit kenne ich mich jetzt nicht aus. Ja, aber ich kenne das auch, äh, was für einen Traktor formen wir dann eigentlich. Das ist die Frage. Wollten, müssen wir uns mal dann gucken. Ja, dann. Also du willst unten herfahren. Alter, ob du jetzt so weit vor mir bist, irgendwie schon. Aber das hat sie eben was mit dem kleinen 20 kmh. Nein, da habe ich den Tempo mal draus genommen. Scheiße. Warte mal. So, jetzt war es wieder. Dann fahr ich mal ein bisschen vor, ja. Mach das. Alter, in der... 22 hast du auch so, circa? 22, 21 jetzt. Ja. Alter. Ja, gut. Wie in an sich hat sowas von geil was. Was? Du siehst eigentlich nur das Gitter. Hm. Also wirklich, den kann man da nicht... Nee, du hast einen Spiegel. Oder... Ach ja, du kannst... Ja, mehr hast du. Ja, du kannst es aber auch einstellen, dass du einen Spiegel hast. Ja, auf wie viel hast du? Ja, ich habe jetzt auf zwei Spiegel eingestellt. Ich habe drei. Ich habe auf drei eingestellt, weil dann hast du... ...dann kriege ich den kompletten Rundumdick. Ja. Vor allem hier im Auto. Ja, Entschuldigung. Ich wusste nicht. Oder im Traktor. Oder im Traktor. Da sind ja meistens nur drei. Ja, aber seit jetzt habe ich auch mal endlich mal richtige Spiegel an. Also man sieht auch was. Sonst hatte ich nie einen Spiegel. Sonst war das immer so gelb oder so weiß gemacht worden, dass man dann nicht durchsehen kann. Also ich habe das direkt am Anfang auf drei Spiegel eingestellt. Das ist auch das Höchste, was man machen kann. Ja, Entschuldigung. Da wusste ich aber nicht. Ich kann nicht spielen. Wir können jetzt hier gleich links fahren, ne? Ja. Eigentlich müssen wir ja eigentlich hochfahren und so. Können wir auch machen. Ist mir egal. Ja, okay. Wie du willst, ne? Dann fahren wir wie im normalen Leben. Okay. Du musst überlegen... Also hier links. Alter. Das war ein Spaß. Ich frage mich einfach, wie du hier im Notfall raus möchtest. Du wärst sowas von am Arsch. Wo war's? Aus wo ich jetzt gerade bin.